Okay, meine Lieben, herzlich willkommen schon wieder zur E-Mail-Verschlüsselung. Aber ich verspreche euch, dieses Mal wird es sogar noch einfacher. Denn, ich meine, nicht jeder benutzt Outlook. Für viele Geschäftsleute ist das letzte Video, glaube ich, sehr, sehr relevant gewesen. Und die können jetzt ihre E-Mails verschlüsseln. Ich hoffe es zumindest. Für andere ist es allerdings ein bisschen seltsam. Denn ich möchte eigentlich das Ganze in meinem Browser machen können. Ich möchte ja meine E-Mails auch über Gmail zum Beispiel verschicken können. Und das bedeutet natürlich, ich muss Gmail verschlüsseln können. Aber Gmail ist im Browser. Wie zur Hölle soll ich das machen? Klar, ich könnte jetzt Outlook oder Thunderbird benutzen, aber das ist für viele keine Option. Vor allem, da Gmail Third-Party-Programme relativ konsequent rauswirft, wenn sie nicht wirklich sehr, sehr hohe Sicherheitseinstellungen haben. Und das ist eigentlich auch gut so. Denn über Thunderbird könnt ihr euch zum Beispiel nicht mit 2FA richtig anmelden. Was ziemlich doof ist. Aber ja, deswegen gibt es auch Plugins dafür. Und ja, das ist MailVelop. MailVelop unterstützt relativ viel. Zum Beispiel eben auch Gmail, GMX, Web.de, Freenet, Posteo, Mailbox, D-E-Mail, Yahoo, sogar Outlook und viele weitere sogar noch, die ich teilweise nicht mal kenne. Aber es sind einige dabei. Wie ihr sehen könnt, ich glaube, den meisten wird es hier um Gmail gehen. Und ja, es ist auch Open Source. Das heißt, ihr könnt überprüfen, beziehungsweise die Community kann es für euch überprüfen, ob das Ding auch wirklich gut ist. Und jeder kann quasi sein eigenes Security-Audit machen. Wir sehen hier den vollständigen, ja, den vollständigen Source-Code von dieser Anwendung. Das heißt, wir können jetzt offiziell MailVelop hier in unseren Chrome hinzufügen. Wobei wir natürlich das Ganze auch für Edge verwenden können. Wo war das? Für Edge und für Firefox. Also ihr könnt das benutzen, für welchen Browser, fast welchen Browser auch ihr immer wollt. Okay, deswegen klicken wir jetzt hier auf Hinzufügen, Erweiterung hinzufügen. Und damit haben wir schon MailVelop mehr oder weniger installiert. Wir müssen es jetzt aber noch ein bisschen verwalten. Und jetzt seht ihr gleich die ganzen Browser-Plugins. Das sind nämlich viel zu viele bei mir. So, los geht's. Okay, wir müssen es also konfigurieren. Ihr könnt jetzt hier auch im Browser direkt die Schlüssel erstellen, beziehungsweise importieren. Das geht. Ich würde euch aber tatsächlich eine OpenPGP-Einstellung quasi empfehlen, dass ihr das Ganze direkt vernetzt habt. Denn dann könnt ihr nicht nur im Browser auf eure Schlüssel zugreifen, sondern eben auch in Outlook, auch für Dateien, auch im Explorer, eben überall. Es ist halt so eine Rundum-Anwendung. Deswegen würde ich hier die OpenPGP-Connection herstellen, wenn ich euch wäre. Ihr könnt aber, wie gesagt, hier auch einfach direkt die Schlüssel erstellen und loslegen. Wir gehen jetzt hier mal ganz kurz auf die Einstellung und gehen hier auf die Schlüssel. Alle ausgehenden Nachrichten signieren, will ich so oder so haben. Und dann gehen wir hier mal auf die Prüfung erlauben. Wir machen hier ein Zulassen und schade, das hat nicht funktioniert. Ich gehe mal hier auf Speichern. So, man muss natürlich den Browser starten. Das tut mir sehr leid, das habe ich hier vergessen. Wenn man hier das Plugin installiert hat, einmal Browser kurz zumachen, wieder aufmachen und dann funktioniert die Integration. Wir können hier aussuchen, ob wir GNU-PG oder OpenPGP.js verwenden wollen. Wir benutzen hier GNU-PG und machen hier mal Speichern. So, und dann steht hier oben GNU-PG benutzen. OpenPGP.js ist quasi die reine JavaScript, also webbasierte Variante. So benutzen wir wirklich die Cleopatra-Variante im Hintergrund. Okay, welche Domains wollen wir autorisieren? Naja, das sind ein paar. Das sind eben die Standarddinger. Mir reicht es eigentlich, wenn hier Google drin ist oder wenn Gmx oder Web.de oder sowas oder was auch immer ihr eben nutzt. Ihr könnt hier aber auch Einträge hinzufügen, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt hier eben auch die Passwörter mitspeichern, eine gewisse Zeit lang. Über den Sicherheitshintergrund müssen wir uns eigentlich nicht unterhalten. Das dürft ihr euch selber aussuchen. Dann gibt es hier noch die Gmail API. Die muss natürlich an sein, damit ich überhaupt was machen dürfte. Das Sicherheitsprotokoll an sich passt soweit. Und der Schlüsselserver, den könnt ihr eigentlich auch so drin lassen. So, und ja, damit können wir einmal ganz kurz Gmail öffnen. Ich habe jetzt hier extra einen Ordner aufgemacht, weil da sind tatsächlich einige E-Mails drin, die ich euch nicht zeigen darf. Und ja, wir können hier einmal kurz MailVelob quasi verbinden. Das heißt, sichere E-Mail schreiben wäre das neue Compose hier. Und wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir direkt, wir müssen eigentlich erstmal noch kurz die Sachen erlauben. Und zwar für die Chrome Extension für MailVelob. Und deswegen müssen wir uns hier einmal kurz mit Google anmelden. Und weiter. Und hier einmal die E-Mails und Einstellungen abrufen und E-Mails in unseren Namen senden. Deswegen machen wir hier einmal auf Zulassung. Das macht tatsächlich Sinn. Und jetzt sehen wir hier, können wir ganz einfach hier auf Schreiben gehen. Wir können zum Beispiel direkt eben meine, ja genau, Code nackt, Kontakt-E-Mail-Adresse anwählen. Da sehen wir sogar direkt den Schlüssel, den habe ich sogar schon importiert. Wir machen hier einen Test und wir machen einen Test. Und ich kann sogar Anhänge hier reinziehen und kann dann hier eben Optionen auswählen, ob ich das Ganze eben signieren möchte oder ob ich das eben senden möchte oder was genau ich eigentlich machen möchte. Ich kann das aber auch hier einstellen. Wie gesagt, ich habe hier alle ausgehenden Nachrichten immer signieren reingetan. Deswegen muss ich das jetzt hier gerade nicht mehr machen. Das können wir eigentlich auch wieder zumachen. So, und ja, jetzt können wir hier einfach auf Senden gehen. Ah, bevor ich es vergesse und hier auf Senden klicke, wenn hier unten steht, nicht signiert, ihr könnt hier auswählen, mit welchem Key ihr das Ganze signieren wollt. In dem Fall macht es natürlich Sinn, meinen Google Mail Key zu verwenden. Und wenn bei euch der Fehler kommt, dass ihr zum Beispiel kein Private Key oder sowas zur Verfügung habt, dann probiert ein paar Dinge aus. Eins davon ist zum Beispiel, den Browser neu zu starten. Eins davon wäre aber auch, hier bei Mailvelop, bei den Optionen, den Schlüsselbund zu ändern. Also, dass ihr quasi zu GNU-PG übergeht und dort den Schlüsselbund verwendet. Eine weitere Lösung wäre, dass ihr hier, statt den Hauptschlüsselbund von Mailvelop zu verwenden, hier Schlüssel importiert und dort dann nochmal euren Schlüssel extra importiert. Probiert da ein bisschen rum, Mailvelop kann da am Anfang ein bisschen zickig sein. Man muss das nur einmal einfügen und, oder beziehungsweise einmal einrichten und dann funktioniert das Ganze. Und wenn ihr das jetzt hier, ähm, wo ist es denn? Wenn ihr das jetzt hier verschickt, dann senden wir das jetzt einfach mal. Und dann werden wir natürlich gefragt, was unser Passwort ist. So, und dann heißt es, die E-Mail wurde erfolgreich versandt. Und damit habe ich im Endeffekt jetzt meine verschlüsselte E-Mail überprüft, beziehungsweise versendet. Und mein Gesprächspartner bekommt eine verschlüsselte E-Mail, sofern ich denn seinen Schlüssel importiert habe. Falls nicht, dann natürlich halt nicht. Genau, und ja, so funktioniert das Ganze. Wenn ich jetzt eine verschlüsselte E-Mail bekommen habe, ja, das heißt, ähm, wenn mir jetzt mein Gegenüber darauf natürlich geantwortet hat, möchte ich das natürlich auch relativ intuitiv haben, bitte. Und deswegen bekomme ich hier so eine Nachricht. Ich kann hier einfach auf Nachricht anzeigen gehen und sehe dann, welcher Schlüssel das Ganze signiert hat, ähm, und was da geschrieben wurde. Und auch die Antwort dazu kann ich natürlich anzeigen lassen. Hier sehen wir Pong und eben, das war quasi die Antwort, die ich von meiner Kontakt-E-Mail-Adresse gerade geantwortet habe. Und das wird tatsächlich im Browser direkt verschlüsselt. Aber Gmail an sich bekommt davon nichts mit. Das läuft wirklich rein über das Mail-Velop-Plugin. Und ja, darauf könnt ihr jetzt natürlich auch wieder antworten. Und zwar hier unten seht ihr den Button Sicher antworten. Dann kommt ihr wieder auf dieses Sichere-Nachricht-Versenden-Feld und könnt hier dann wieder drauf antworten. Dann machen wir wieder mal einen Ping und dann senden wir das. Und dann sehen wir hier, okay, die E-Mail wurde erfolgreich versandt. Also alles quasi direkt im Browser. Es funktioniert auch ohne, dass man irgendwie was extra haben muss. Und ja, ist eigentlich eine sehr, sehr komfortable Option. Wie gesagt, funktioniert nicht nur für Gmail. Für Gmail ist es am kompliziertesten, deswegen habe ich es hier gezeigt. Aber es gibt es natürlich auch für Gmx, für Web und so weiter und so fort. Habt ihr ja gesehen. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.